Steven, kannst du wiederholen, was ich eben gesagt habe? Alles klar, Frau Lein, Sie haben uns wunderbar erklärt. Weißt du, wer Robert Schumann ist? Sie werden doch dafür bezahlt, Alter. Wir machen einen Ausflug nach Portugal. Der Typ fährt nach Portugal? Mein ganzes Leben habe ich da drauf gewartet. Heinz-Georg, du darfst leider nicht mit uns kommen. Was ist das für ein Visage? Nicht mal ein Pavian würde das als Arsch haben wollen. Ich fahr nach Portugal, das wird Hammer, auf jeden Fall. Das Feuer der Liebe zerreißt meine Eingeweide. Ich liebe dich, Nathalie. Alle heißen Schnitten am Strand sind, Alter. Wo sind wir, Alter? Scheiße, die Bullen, weg hier. Rufen Sie die Polizei. Diese Männer haben ein erhöhtes Gewaltpotenzial. Du steckst ganz tief in der Scheiße. Du musst endlich erwachsen werden. Und was tun wir jetzt? Ich fahre zu meinen Freunden nach Portugal. Das Feuer frisst mich innerlich auf. Ich möchte mein Leben in deinen Armen verbringen. Bring mir eine Currywurst. Eine fette Currywurst, dann bekommst du meine. Halt die Fresse. Das wird die geilste Klasse-Twan, Alter. Hier, nimmst du jetzt Dönder und verpiss dich. Was hast du da? Das sind Kippen, um mit dem Saufen aufzuhören. Es kommt mir jede Bombe. Das ist Kippen, um mit dem Saufen aufzuhören. Das ist Kippen, um mit dem Saufen aufzuhören.